Wie häufig ist eine Empfindlichkeit gegenüber Bitterkeit bei Kindern? Studien haben gezeigt, dass etwa 70% der Kinder eine Empfindlichkeit gegenüber Bitterkeit haben. Viele Gemüsesorten, darunter Brokkoli, Kohl, Brunnenkresse und Blumenkohl, enthalten Verbindungen, die als Glucosinolate bezeichnet werden, wodurch sie bitter schmecken können. Es wird angenommen, dass die Empfindlichkeit gegen Bitterkeit von Kindern herrührt, die bestimmte Variationen des TAS-2R38-Gens aufweisen, das mit Bitterkeitsrezeptoren verbunden ist. Weitere Fakten über Bitterkeit Jeder hat zwei Arten von TAS-2R38-Genen, die empfindlich und unempfindlich sein können. Erwachsene, die ein Vielfaches des empfindlichen Typs von TAS-2R38 haben, sind oft Super-Taster. Nur die sensiblen Versionen des Gens zu haben, macht jedoch niemanden zum Super-Taster. Die Person muss auch mehr Geschmacksknospen als andere Menschen haben. Diejenigen, die Super-Taster sind, sind viel empfindlicher für alle Geschmacksrichtungen, aber besonders für die Bitterkeit, selbst Erwachsene, die empfindlichere Versionen des TAS-2R38-Gens haben, haben das Gefühl, dass bestimmte Nahrungsmittel bitterer sind. In einer Studie bewerteten Probanden, die die empfindliche Version des Gens hatten, Gemüse um 60% bitterer als diejenigen, die die weniger empfindliche Version hatten, es gibt Möglichkeiten, dieser genetische Sensitivität zu umgehen. In einer Studie wurde beispielsweise festgestellt, dass Kinder bis zu 80% mehr Gemüse zu sich nahmen, wenn sie mit Dip gegessen wurden, als wenn sie alleine serviert wurden.